So, jetzt sind wir auch bei Olli. Wie ihr seht, ja, tauschen wir jetzt unsere Autos. Ich habe gesagt, Schnauze voll von einem tiefen sportlichen Wagen. Wir haben Bock auf einen Ami, oder? Das ist, glaube ich, geil auch entspannter zum Filmen und so, ne? Man kann es auch viel mehr sehen von oben. Man kann ein Equipment reinmachen, oder? Guck mal, hier geht wie so eine Gefriertruhe aus. Ja, da kann ich mich locker reinsetzen. Ja, stimmt. Guck mal, auch so wie eckig das einfach ist, ne? Ja. Richtig praktisch, muss man schon sagen. Ne, wir labern natürlich ein bisschen Kacke. Wir tauschen natürlich nicht. Nein, aber wir sind hier zu Besuch. Und Olli hat sich vor kurzem auch einen Hammer geholt. Ja, ist schon ein cooles Auto, ne? Schon speziell. Ja, guck mal, man sitzt ja auch echt wie ein König, ne? Es ist so entspannt, ne? Ja, alleine, was ist das für ein Hebel? Allein die Scheibe, Junge, das ist so unlogisch. Einfach so ein Viereck, so ein Rechteck ausgeschnitten. Einfach so gerade reingeflext, weißt du? Ja, aber wenn du von da so nach hinten guckst, da ist ja schon riesengroß, ne? Ja, also unfassbar viel Platz. Aber man muss sagen, was den Hammer halt ausmacht und diese Optik, das ist halt wie so ein fahrender Panzer mit so kleinen Fenstern. Du fühlst dich halt sehr, sehr sicher und das Auto sieht von außen mega stabil und massig aus. Eigentlich wie so ein Haus, ne? Mehr Wand, so mehr Wand als Fenster, ne? Genau, richtig. An sich war ja der H1, der Humvee, ein Militärfahrzeug. Dadurch, dass du halt wenig Fensterfläche hast, hast du wenig Angriffsfläche auch, ne? Daher kommt dieser Style auch. Boah, ist das so cool. Das ist echt, ey. Einfach Stufe aufentspannt. Olli weiß natürlich noch nichts von seinem Glück, dass wir hier in seinem Auto sitzen. Richtig ist so. Ja, schon. Guck mal, wie viel hier so chillt. Ja, ja. Hier passt ein Tisch in die Mitte. Kannst du mir da essen? Vor allem so erkennt man mich jetzt endlich mal, ne? So als ganze Person. Sonst immer nur so Gesicht und Bart. Ja, das stimmt. Allein dieser Hebel hier. Ey, das ist wie so ein Schiff. Ich glaube tatsächlich, eigentlich bräuchte ich so einen LKW-Führerschein, beziehungsweise so einen kleinen LKW-Führerschein. Ey, der kann hier so geil filmen, ne? Ich krieg dich fast komplett drauf. Ja, lass uns doch so ein Ding auch ziehen. Ja, zum Filmen einfach nur. Ja, guck mal, wenn du jetzt so neben so einem M2 stehst, neben so einem flachen, ne? Ja. Kannst du richtig von oben so Vogelperspektive filmen, Alter. Kannst du gucken, was die da in der Hand haben. Ey, man fühlt sich schon wie so ein richtiger Texas Ranger. Sheriff. Er ist schon ein Chef. Er ist schon ein richtiger Baba mit so einem Auto. Die Dinger sind ja nicht ultra teuer, so heutzutage. Nur, du musstest halt unterhalten können, das Auto, ne? Das schluckt ohne Ende. Dieses Geräusch, wenn die Schlösser zugehen, ne? Klack! Und sicher. Hier kommt niemand rein oder raus. Wie schnell fährt das Ding? Das ist ja ja. Müsst du mal bei Oli fragen. Aber 120... Ach, das sind Meils. Ja, 120 Meilen, also 200 auf dem Tacho. Aber ich schätze mal, nach 150 wird es unangenehm. Das ist wirklich so ein Highway-Cruiser-Ding. Oder halt, wenn du mal ins Gelände willst. Aber ich weiß gar nicht, wie sich ein H2, also ein H1, klar, der wurde halt für das extreme Gelände gebaut. Das ist ja der erste Hammer sozusagen. Ich finde für mich auch so, der H2 ist so der letzte richtige Hammer. Der H3, das ist schon so, der ist schon zu SUV-mäßig, weißt du? Das ist noch so ein richtiges Eisenschwein. Einfach so, ja, was kostet die Welt? So scheiß auf Rohstoffe, weißt du? Braucht kein Mensch. Der ist auch gar nicht so laut. Ich hätte gedacht, das ist lauter. Also, es ist ein V8, ne? Ich habe mir damals auch mal einen Hammer angeguckt, weil ich überlegt hatte, so ein Ding zu holen. Und ich hatte geschaut nach so einem Heavy-Duty-Diesel. So ein richtig, so ein 8 Liter oder 6 Liter, glaube ich, Turbo V8-Diesel. Ja. Die verbrauchen nicht viel, die haben ultra viel Power. Eigentlich ein mega geiles Auto. So Style-Punkte ist 10 von 10. Ach, ich will. Einfach so ein Lappen, ne? Guck mal. Einfach so eine XXL-Pizza, die hier vom Dach runter geht, ne? Digga, hier kannst du diese entspannten Laptop drauf aufmachen, weil es den zweiten Bildschirm da hinstellt. Einfach geil, dass Olli sowas im Alltag fährt, so, ne? Ja. Das ist witzig, einfach. Ansonsten kannst du hier halt alles umschalten. Die ganzen Achsen, ne? Auf Allradantrieb. Dann kannst du die Achsen wahrscheinlich sperren lassen. Stell dir mal vor, du bist irgendwo, weiß nicht, in Miami. Alle Fenster offen, Mucke. Cruisest irgendwo so auf irgendeine Strand-Party, weißt du? Ja. Kommst da an, Digga, fährst direkt einfach überall rüber. Also man hat gleich ein anderes Lebensgefühl in so einer Kiste. Digga, weißt du, wie das aussieht? Na? Sag, wusste. Ja, stimmt. Vielleicht haben die sich dabei was gedacht. Das ist ja so typisch Ami, weißt du? Ja, ja. Na? Guck mal hier. Digga, Ferrari baut das immer noch so. Ja. Also ähnlich. So Turbinen-mäßig, ne? Ja, so ähnlich, ja. Von der Haftik her ist alles sehr Plastik. Ja. Das merkt man halt immer wieder bei diesen älteren Amis. Die neuen sind schon besser geworden. Ja. Ja, jetzt geht's wieder los, ne? Los, ja. Denkst du an zu hageln? Ja. Guten Tag. Guten Tag. Der Mann rollt hier rüber, der wie durch Butter gleite ich so. Ja. Das ist echt geil. Also es ist ein alltagstaugliches Auto an sich, so, ne? Ja, ich fahr den jetzt seit zwei Wochen täglich. Was fährst du sonst im Alltag? Also am meisten den Trackhund, ne? Ich fahr jeden Tag den Trackhund. Man muss sagen, selbst wenn die riesigen Felgen, also die Servolenkung kommt da echt gut mit, ne? Ja, klar. Das Lenkrad ist super smooth. Mein Kumpel hat sich ein neues Boot gekauft. Und das Boot hat fünf Tonnen Gewicht. Mit Trailer, alles, so einen vollen Tank und ein volles Programm. Dann fährst du mit einem Hammer davon und vergisst wirklich, dass das Boot hin kann. Das heißt, dass du halt nicht mitkriegst. Weil das Auto selbst so eine Masse mit sich bringt, ne? Ja, ja, klar. Und die Lenkung ist natürlich etwas schwammig, so, aber ganz ehrlich, ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Ja, ist auch so. Also ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Vor allem mit den großen Felgen jetzt, hab ich's mir nochmal schlimmer vorgestellt. Man muss natürlich den langen Radstand so ein bisschen mit im Auge behalten, ne? Ja, dass du da hinten sozusagen nirgendwo hängen bleibst. Aber ja, Backdrive geht auch, ne? Ja, klar. Easy going. Das war einiges, was du nicht magst, eine Waschstraße, ne? Ne? Ne. Kommst du in keine Waschstraße, so finde ich, ich meine? Dritt mir ist er mit bei Mr. Wash in die Waschstraße gefahren. Dann wurde dir das ganze Waschband angehalten, weil er gab richtig Alarm. Und Ende vom Lied ist Kofferraum auf, drei Mitarbeiter in den Kofferraum rein, dass er hinten ein bisschen tiefer kommt. Nein. Und dann darfst du da rausfahren, ja? Soll angeblich eine Dreiviertelstunde gedauert haben, die ganze Aktie. Er ist doch so schmerzbefreit, der Junge, ne? Der macht das einfach, ne? Ja, gut. Weiß man halt vorher. Damals ist ja gefühlt zwei Meter hoch, zwei Meter breit. Arnie war ja damals, das war so ja dieser Schlüsselmoment, so dass Arnold Schwarzenegger mit so ein Humvee durch L.A. gefahren ist. Und die Leute alle gesagt haben, wie geil ist das denn? Genau, mit diesem H1, ne? Ja, genau. Dann hat er mit dem Wickel H1 und so kam ja H1 raus. Und dann haben ja nachher die Leute gesagt, schon krass und so. Und dann kam ja der H2, der H2 war so die erste offizielle zivile Geschichte. Genau. So für jeden, für jedermann so quasi. War auch ein Erfolg, ne? Ja, H2 war nämlich ein riesen Erfolg. Ja, ne? Ja, dann kam ja H3. H3 war ja so der kleinere für Europa. Und ja, dann kam ja damals die Wirtschaftskrise. Aber H3 ist für mich dann wieder kein richtiger Hammer. Der letzte richtige ist für mich auch wirklich der H2, so, ne? Genau. Moin. Drei Cheeseburger, drei Chickenburger. Drei Cheeseburger, drei Chicken, ja? Und fünf Chickenfilet-Tenders. Ich glaube, dritten, wir wollten einen Doppel-Cheeseburger, oder? Ah, kannst du die Cheeseburger in Doppel-Cheeseburger umändern? Ja, alles klar. Danke. Du kannst dich eigentlich immer an den Ecken des Kühlergrills da quasi vorne dran orientieren, wenn du kommst auch nicht hin. Die Cheeseburger. Die Cheeseburger. Das ist ja mit Indianer-Geld, guck ich. Wie zu? Ein Bekannter von mir hat gesagt, Uli, ich fährt halt nicht so, warum? Ja, ich zahl schon, passend. Was macht das, junge Dame? Ligger, ist das Getriebeöltemperatur? Ja. Was? Echt? Ja. Falls du mal im Gelände irgendwie länger unterwegs bist und dann musst du sich da durchkramen. Auch als wir das Boot hintendran hatten, fährst du ja, wenn du das Boot zu Wasser lässt, in so eine Schräge, eine Schräge geparkt, fünf Tonnen hintendran. Und dann hast du halt schon wirklich gemerkt, so Getriebe hat er Bock. Dann fängt das Ding auch immer ein bisschen an zu arbeiten, ne? Du bist ja nur in so einem Cruise-Modus die ganze Zeit. Ja, genau. Aber was mich wundert, bin ja groß geworden damals, mein Vater hatte damals einen H2 gehabt, auf dem Dorf groß geworden und dann gab es so diese Kehrwände, dass wirklich, wenn du mit einem Hammer irgendwo rumgefahren bist, dass die Leute dir einen Mittelfinger gezeigt haben und gesagt haben, so was soll das, das ist ein kriminelles Schwein. Ja, ja, nicht nur ein kriminelles Schwein, sondern auch so ein Umweltarsch, ne? Ja, ja, okay, ja. Und wirklich, ohne Grund stehen gegenüber bei dir an der Ampel, zeigen dir einen Mittelfinger. Das ist doch so stupide Dinger. Aber heute muss ich ehrlich sagen, so habe ich keinen mehr, der irgendwie ein negatives Kommentar sagt oder sonst was. Nee, mittlerweile ist das so kultig einfach. Ja, auch wenn du an der Tanke willst. Hier gehen halt über 100 Liter rein. Ja, ja, ja. Und du stehst halt ein bisschen länger, aber da kommt trotzdem auch keiner irgendwie ein dummes, negatives Kommentar raus. Das ist echt cool, dass das Auto mittlerweile so ein bisschen diesen Kultcharakter und Akzeptanz hat auch, ne? Ja, vor allen Dingen ist es immer noch... Du bist halt nicht so der Zuhälter vom Dorf mit dem Auto. Ja, genau. Früher war es wirklich so, ne? Ja, war wirklich so. Aber das Geile ist halt auch, dass die Leute immer noch nicht so... Wir können jetzt nicht einschätzen, ob ein Hammer 20, 30, 60 oder 100.000 kostet. Ja, ja. Also, was ich schon alles dann mitgekriegt habe, also, weiß ich nicht. Also, so ein Hammerkiste in guten Kiste ja so zwischen 20 und 30.000 kriegst du wirklich einen Gebrauchhammer. Für so ein Auto echt eigentlich vernünftiges Geld, weil du kriegst so viele Autos für die Kohle. Ja, wirklich. Das ist Wahnsinn. Verbrauch ist heftig so. Das Ding hat eine Form wie ein Schuh. Ja, klar. Aber geht oder ist es brutal? Also, so das zu... Na, was es geht, was ist brutal. Das ist alles über 20 Liter, wenn du wirklich langsam fährst. Also, wenn ich... Ja, dann sprechen wir weit von brutal. Also, ein H2... Also, ich krieg's nicht hin, wenn ich jetzt wirklich mit Rückenwind ihn auch laufen lasse, ohne viel zu besorgen. Das kauft man halt mit dem Auto mit, ne? Dann hab ich ihn vielleicht mal bei 19,5 Liter. Also, wenn du normal fährst, ohne nachzudenken, bist du immer bei 25, 26. Ja, ne, so 22, knapp über 20. Aber wenn du halt wirklich mal einen Hänger hinten dran hast, nochmal eine Last bewegst, dann kann das schon deutlich nach oben schießen. Das ist nochmal eine andere Nummer, ne? Ja, ja, klar. Das ist ja auch, warum die Autos dann eigentlich verhältnismäßig günstig sind, ne? Ja, klar, logisch. Das ist dann deine Hauptgründe. Aber der ist halt ja nicht sowas als Langstrecken-Vertreter-Phase. Nee, 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 ist klar. So mittlere bis kurze Strecken. Ja, nee. So ein Auto ist einfach witzig. Ja. Digga, ich fühl mich auch schon richtig Ami-mäßig. Ja, das Auto steht hier aber auch. Digga, ohne Witz, ne? Das Auto steht hier echt. Digga, und das ist eigentlich so ein richtiges Asphalt-Outlaws-Ding. Ja. Weißt du? So ein Pack, ne? Es ist einfach wirklich so... Alles hinten reinschmeißen, Satzteile... Du kannst du deine Crew einfach so irgendwo einsammeln, mitnehmen, ey Jungs, spring mal schnell rein, so weißt du? Digga, das ist einfach, das Auto gibt einem echt ein geiles Feeling, so. Ist echt Hammer, ey. Echt Hammer? Mhm. Ist echt Hammer, der Hammer.